Und da ist er wieder, ein kräftiger Applaus für unseren Star-Streamer, das große, große Sternchen am Himmel der Twitch-Szene, einer der erfolgreichsten und echt unterhaltsamsten Streamer, Papa Platte, da sehen wir ihn, wie er gerade seine Zuschauer mal wieder ermutigt, oftmals hat man in seinem Stream Themen wie Schule, Motivation oder Freundschaft am Start und da hilft es, um den Jugendlichen auf die richtige Bahn zu kommen. Hast du noch was? Er bemüht sich jeden Tag für super Werte zu stehen, wie unter anderem, genügend zu trinken, Sport zu treiben und hey, immer ein kleines Lächeln auf dem Gesicht zu haben, damit man auf jeden Fall jeden Tag einen besseren Tag haben kann. Bekannt geworden ist er für seine echt sehr, sehr trottelige Art und...